Tot den Feinden! Die Seelenfels ist hier. Und noch mehr Eiselfen. Was wünscht die Rune? So, meine Einheiten werden jetzt mal kurz die Stellung hier erhalten. Zu euren Dienst. Bereit! Und los! Und heute werde ich mal runter gucken. Ach, da kommen noch weitere Frost-Golems her. Oh Gott. Wahrscheinlich müssen meine Truppen dann noch mitkommen, aber ich schau erst mal. Och, die haben schon die ersten Steine gebracht. Ups, verpasst. So, mal gucken, was brauchen wir für die Werfe. Coinschnitzer Steinwerkstatt und nur Stein. Oh, ich glaube, ihr brennt ein bisschen. Riecht's nach knusprig gebartener Elfe. Ja, da laufen noch ein paar Rüsen rum. Von Stork. Mehr Einheiten. Wir sind zwar längst noch nicht am Limit, aber mehr Einheiten. Ja, damit... Mehr Brander, noch ein Hornbläser mehr, noch ein Hornbläser mehr. Die lassen wir mal alle hier oben sammeln. Und ihr könnt jetzt mal wirklich den Steinbruch bauen. Stein, jetzt haben die leider noch nicht die Trolle. Deswegen wird die Freude mit den Werfern nicht auch nicht so lange auf unserer Seite sein. Weil ich glaube, das ist die einzigste Steinquelle hier. Ich kann mich, glaube ich, nicht erinnern, dass hier noch irgendwo eine war, oder? Ich glaube nicht. Ah, man muss nur meckern. Sehr schön. Geht auch ohne Stein, wenn es den doppelten Ertrag zu erzielen. Jetzt kommt da so ein dummer Frostkohle-Milankle. Oh nein. Meine schönen Trolle. Sie sind doch viel hübscher als du. Bist doch bloß neidisch, dass meine Trolle so schön sind. Guck mal an, das sind's doch. Miss Beauty 2011. Tja. Ich darf halt nicht nur über Frauen lästern. Wurde ich sogar mal angeschrieben. Sagt doch nicht immer so viel über Frauen. Männer sind doch auch nicht viel besser. Na gut, schaut mal an. So schaut der Mann der Zukunft aus. So, genug gelästert. Stand halten, Männer. Ah. Bitte fertig. Stand halten, Männer. So viele Frostkohlems und ein toter Riese. Okay, was nehme ich da oben mit? Am besten meine ganzen Einheiten. Ich möchte nicht wieder splitten. Ich komme gleich wieder. Wartet kurz bitte oben. Trinkt einen Tee, einen kalten Tee, einen kalten Kaffee. Trinkt halt alles, was kalt ist. Und in der Zeit, ich bin gleich wieder da. Also, was brauchen meine Werfer nochmal? Kohlenschnitzer, Steinwerkstatt. Okay. Dann mache ich auch nicht mehr, weil ich werde nur das bauen. Die sollen dann Feuerklumpen werfen. Und die ganze Welt soll fröhlich im Dreis tanzen und sich freuen. So, wie es halt sein soll. Hm, hier lang kann ich sogar jetzt gehen. Der hat ein Schwert. Ein Riese mit einem Schwert. Oh, und ich weiß noch, was der für uns hat. Oh, den muss ich auf jeden Fall hauen. Der hat was richtig, der hat was richtig Tolles. Was richtig, richtig Tolles hat der. Der lässt eine Packung Karbonbons fallen. Freut man sich wie ein Kind. Naja, fast. Es ist fast genauso toll wie eine Packung Karbonbons. Das kann ich euch versprechen. Ja, hier kann ich nur die Verbesserung für den Schlechter machen. Dann war es in der Steinwerkstatt. Ja, stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Dafür brauchen wir noch ein kleines Haupthaus. Stimmt, ein Nahrungslager für die Trolle brauchen wir auch noch. Denn es bringt nicht sehr viel in unserer Trolle. Und keine Lebenspunkte regenerieren. Das Schöne an den Werfern ist ja, die können die ganze Zeit Steinklumpen werfen, ohne Mana zu verbrauchen. Und die bleiben auch hinten stehen. Im Gegensatz zu Zertbrandern, die im Nahkampf folgen. Ich glaube nicht, dass es hier in Spellforce einen Befehl gibt, der einen der Einheiten nur auf Distanz klar sein lässt. Wenn ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn das jemand sagen könnte. Falls es die Möglichkeit gibt, dass in Spellforce Magierer wirklich auf Distanz bleiben können, gibt es hier nicht. Aber ich glaube, es gibt es nicht. Aber ich kann mich auch irren. Das sage ich ganz offen und ehrlich. Auch Gott kann sich mal irren, deswegen. Ja. Nein. Ich bin ein genauso dummer Mensch wie jeder andere. Nein. Nicht frieren. Nicht frieren. Für den Orden. Los, meine Hornleser. Zeigt mir, was ihr blasen könnt. Ihr könnt nicht vorbei. Ihr könnt nicht vorbei. Sollte die Rolle nicht irgendwie anders sein, sollte nicht jemand vor dir stehen und das gleiche zu dir sagen. Oder sowas in der Art. Das hätte so einen Stil, wenn ihr Gandalf angelaufen kommt durch den Pass und mein Wurk-Titan stellt sich in den Weg. Du kannst nicht vorbei. Ja. Tada. Schnell. So. Was ist denn das? Nein. Nein. Ich war doch schon fast zu weit. Scheiße. Nein. Steinwerkstatt. 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 Eure Hunde. Die Kinder eurer Hunde. Unverzüglich. Die Hunde eurer Kinder. Verstanden. Ich hasse Eis. Jetzt habt ihr es. Zu Befehl. Nein. Doch kein Totem. Oh. Das war knapp. Jetzt habe ich die Welt gerettet. Ich habe kein Totem gebaut. Hey. Das könnte mein Brander sogar schaffen. Na, da rennen sie natürlich weg. Ja. Genau. Genau. Was tun wir denn vorhin? Hauptsache Hilfe holen mit Level 21. Genau. Jetzt kommen sogar schon die Frauen in Gangs, um einzelne arme kleine Orks zusammenzuschlagen. Was ist aus der Welt geworden? Und los. Darf man sich als Ork heutzutage denn irgendwo sicher fühlen? Ich finde das diskriminierend. Arbeit. Nur weil er grün ist. Das macht er doch nur weil er grün ist, ihr Schweine. Vorwärts. Habe ich den jetzt eigentlich schon geplündert? Ja, da waren die der Menge Edelsteine drin. Jetzt weiß ich es wieder. Ach, ihr helfen. Ihr seid doof. Ihr seid so doof. Ich glaubt ja gar nicht, wie doof ihr seid. So. Was? Wieso? Die Erde wird ziemlich wenig Feuer abgenommen. Die Feuerwelle ging da ein bisschen besser rein, muss ich sagen. Fällt gerade ein, ich könnte mal ein paar mehr Nahrungslager bauen. Obwohl die Regeneration ein bisschen höher ist. Das ist ja mittlerweile. Du hast uns lieber, woher führen. Ja. Und, ja, das muss reichen. So, ihr könnt genauso ein Nahrungslager bauen. Eins müsstet er reichen. Ihr braucht ja nicht so viel Mana. Wer verschmeißt heiße Steinklumpfen. Klumpfen. Verbesserung fertig. Werf her. 120 Steine Euro. Da kann ich ihn verbauen. Her damit. So. Bin ich da schon lang? Ich bin da eigentlich schon lang. Meine Einheiten halten mal den Pass da oben. Genau den. Und ich werde mit meinen Helden mal ein wenig hier außen rum laufen. Verstanden. Auf dem Weg. Ich sage nur eins. Alles klar. Gefrorene Zeit. Gefrorene Zeit. Für den Klan. Jawohl. Auf meinen Befehl. Vorwärts. So. Passend dramatische Musik laufen wir mal hier hoch und. Ja gut. Treten den Riesen in den Arsch. Da muss ich einen ziemlichen Fallbrückzieher machen. Stechen den Riesen in den. In die. In die. Aua. Arme Sauer. Da würde ich auch zusammenbrechen. Ein Windelwerfer. Nein. Ein Windelwerfer. Was wünscht du mir das Licht? Witz mit dem Windelschützen. Ist schon verbraucht. Jetzt muss der Windelwerfer ehren. Gib mir mehr Windelwerfer. Sie sind überall. Runenkrieger. Zu mir. Feindlich Arme Löwen. Hat aber ein ziemlich dickes Schwert. Das möchte ich bitte haben. Stell dir mal vor. Ich würde jetzt so ein Windeling mit diesem fetten Schwert rumrennen. Hm. Windfall. Kleine Klingenwaffen. Das wäre bestimmt nur Resistenzen als Magie. Wenn ich kleine Klingenwaffen hätte, wäre das göttlich. Ich glaube es wäre manchmal besser kleine Klingenwaffen zu skillen hier in dem Spiel. Oh Gott, sind da viele. Schönen wir da. Hm. Ah, eine bessere Priesterin. Das ist natürlich auch toll. Ja. Vielleicht kann ich eine andere Zeit nicht benutzen. Aber dann ist es wahrscheinlich hinten drin, was ich will. Nö. Kleines Haupttruss. Ach, dann hat es ein anderer das. Ja, hier oben glaube ich war das. Okay. Aber ich sage immer noch, gefrorene Zeit. So eine Werfe. Jetzt mit heißen Steinkluten werfen. Werfen mit glühenden Kohlen. Dann nehmen wir das auch so in den Händen. Äh. Äh. Maus. Optimale Maussteuerung aktivieren. Miep, miep. Auf meinen Befehl. Das kennen wir schon. Dann laufen wir weiter da. Für die Freiheit. Wuuuuh. Für den Ausländer. Der große Deku. Freiheit für Schottler. Was? Äh. Ist jemand gestorben? Nein. Sie haben keinen getötet. Ich schau wieder zum Priester. Sie haben sehr getötet. Oh mein Gott, sie haben sehr getötet. Feindlicher Angriff. Das war ein Zerstörer. Okay. Donnerklinge. Große Klingenwaffen mit Feuerschlag. Ich glaube, die ist nicht so gut wie die, die wir haben, oder? Die hat Feuerschlag. 14 bis 24. Ein bisschen weniger Geschwindigkeit, aber Feuerschlag drauf. Ich nehme jetzt die. So. Okay. Feuerschlag zu haben, ist gar nicht mehr so schlecht. Vorwärts! Soll ich nicht gegen diese Gegner. Folgt mir! Hä? 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 Wo wurde hier gekämpft? Hallo? Oh, übertreibt es ein bisschen. Was ist denn da los? Habt ihr da Spaß? Was passiert denn da hinten? Wieso spawnt da so viel? Verdammt, ich will auch sehen. Hallo? Kämpfen. Ach, die kämpfen gegeneinander. Ich weiß, dass da hinten noch sehr viele Eiselementare rumlaufen. Und die sind sogar noch gefährlicher als diese verdammten Elfen oder die Godems. Nicht, weil sie so stark sind, sondern nur wegen ihrer reinen Masse. Und ich glaube, die bekämpfen sich auch mit den Eisformen. Bereit! Und los! Zur Ehre Aonius! Hügel-Riese. Schließt die Reihe! Sie sind überall! Auf meinen Befehl! Vorwärts! Ja, der streckt sich erstmal gemütlich, bevor er stirbt. Auf meinen Befehl! Für die Freiheit! Hab ich gut geschlafen. Ich lege mich wieder hin. Oh, die haben mein Sehnenfels kaputt gehauen. Oh ja, meine schottischen Doodles. Das ist ein Bläser. Freedom for Scotland! Gut. Gut, William Wallace hat zwar nicht Frieden verschüttelt und gerufen, aber es hat doch auch Stil. Für den Frieden und den Kopf abschlagen. Zack. Hat was. Das hat was von... Das hat schon fast was von Befreiungstruppen. Wie hat man die nochmal genannt? Ach, ich hab's jetzt gerade vergessen. Friedenstruppen, genau. Oh, zum Angriff. Sturmfaust, Stufe 30, was? Na ja. Bleibst du mal bitte hinten stehen, vergiftet in Wahn. Aua. Das tut weh. Das tut weh, ein bisschen. Aua. Die Rune ruft. Ja, es geht... Aua. 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 Au, au, lauf, 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 au, 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 au. Aha, ich hab mir das Bein verstocht beim Weglaufen. Aha, aha, aha. Oh, das schaff' ich noch. Verdammt, das wär's doch noch. Nein. Oh, die Heilung kriegst du jetzt noch hin. Oh, das Zielschuss, gib alles, was du hast. Los, Phil. Body Slam. Verdammt, machst du nicht so spannend. Ach, schieß ihn doch endlich, du Sack. Du, es für mich. Für unsere geheime Beziehung, Schalier. Ah, nein, stirb doch bitte nicht. Ja? Nein, das gibt's doch nicht Scheiße. Ja, ihr ist tot. Das darf doch nicht wahr sein. Gefrorene Zeit, da ist es. Jetzt wisst ihr, was ich gemeint hab. Zehn Prozent Kampfgeschwindigkeit und Eismagierresistenz. Ah, damit ist es doch schon viel angenehmer dann. Auf mein Kommando. Ja, ja, so ist es. Gut, wenn's Ring kann man dich doch allein wegen dem Namen schon nicht abnehmen, oder? Was ist doch, wenn ich könnte ganz weiß, hat die Werte alleine sagen schon, halt ihn an. Der Name sagt's und die Werte sagen's auch. Puh, Twins Ring, ist das schön. Dann nehmen wir hier die gefrorene Zeit rein. Schaut, unsere Kampfgeschwindigkeit. 225. Und noch mehr Edelsteine. Hier, sofort! Und los! Oh, das war halt so knapp. Nur weil Kenny nicht dabei war. So, okay. Mal hin und wieder zwischendrin speichern, weil die Aufnahme wird doch länger als geplant, als eigentlich gedacht. Na gut, das ist immer länger. Frostmaschen stelle ich mir immer so kurz vor. Und jedes Mal sind sie so lang. Das macht Gott mit Absicht. Oh, nein! Wenn ich weiße Magie 9 hätte, würde ich den auch erstmal kurz anziehen. Solange bis ich keine Eismagie-Resistenz mehr brauche. Das ist alles nützlich. Ich meine, wir brauchen den Hexer jetzt auch nicht mehr so unbedingt. Die Aura, der Trick hat, bringt nicht mehr so mega viel. Ja, du hast es gehört. Du bist entlassen. So, die US-K hat mir verboten, seinen Tod direkt mit anzuzeigen, deswegen. Hey, wir haben es auf so einen besseren Hexer. Dann nehmen wir noch was weg. Ja, pff. Ganz genau, Benjamin Blümchen. Die Kriegerin war auch wirklich so dringend. So mega nützlich ist die jetzt auch nicht mehr. Ja, nehmen wir den Kriegerin, ne? Den Schützen, der ist eigentlich doch ganz nützlich mit seinen Fähigkeiten. Na gut, ich kann Schlacht um. Was kann der Kämpfer? Der Kämpfer kann nichts. Was kannst du bitte? Wozu bist du... Wozu lebst du? Wozu bist du gut? Dafür wahrscheinlich. Okay. Gut, das ist ein Argument. Akzeptiert. So, alles klar. Dann nehmen wir den Kämpfer weg. Den Priester. So, mal gucken, was kann ich euch denn wieder anziehen? Ich habe ja wieder meinen kompletten 30-seitigen Kleiderschrank dabei. Schneller zaubern. Kommt auf an, was du zauberst. Aber normalerweise zaubert ein Hexer nicht so mega viel. Oh, ich muss mal ein Olkdolch... Olkdolch... Olk, Olk, Olk... Ne, ein Eisschlagstab ist besser. Auch wenn es jetzt gerade gegen Eiswesen doof ist, aber... Ansonsten könnte es helfen. So, Star Weisheit. Zwar Snicks Schild. Und hat sogar Eismagie-Resistenz. Das wäre schon fast eine Überlegung, die Atemklinge bitte in die Hand zu nehmen, oder? Mit dem Schild. Ach, ich lasse ihn jetzt mal den Schild anziehen. Da, der hält jetzt mal ein bisschen mehr Eismagie-Resistenz. Das ist auch nicht schlecht. Hm. Ja, die Schilder, die aussehen wie Eis, die haben natürlich keine Eismagie-Resistenz. Was kriegst du denn für ein Robo? Hm, die Robo des Äußeren zurück. Das ist gut. Was hast du überhaupt für Werte? Acht. Magie-Art Acht. Verdammt. Na gut, das war für Meister-Magie der andere Ring. Okay. Nimm alles zurück. Muske... Obsidian-Maske der Magiere. Ich glaube, für dich ist wohl das am besten, oder? Schaut zwar doof aus, aber... Also für den Magier meine ich jetzt. Na gut, hässlicher als in Dragon Age Origins können die Kappen nicht werden, aber ansonsten trotzdem... Hm... Gut. Aber ganz ehrlich, stimmt hier mir zu, alle Leute, die Dragon Age Origins gespielt haben, die Magier-Kappen sehen so hässlich aus. Intelligenz-Charisma. Charisma braucht man nicht mit einem Hexer. Gut, hat der weiße Magie mit dabei? Nö. Das ist es ja gerade. Charisma ist nur für Heilzauber da, um die Effektivität zu verstärken. Ansonsten... Ja, aber 14 Intelligenz ist eigentlich auch schon... Puncto. Puncto facto. Austerintelligenz-Weisheit. Das kann auch noch was bringen. Gut, unser Priester. Unsere Priesterin. Tut mir leid. Oh, holde Madame. Vorwärts zum Sieg, mein Buch. Was heißt du denn so schönes? Malma. Ah ne, Nordlicht. Ich dachte schon, ich starb mit dem Namen Malma. Ja, das ist doch ein klassischer Magier. Ja, schaut zwar cool aus, aber... Wenn, dann braucht ein Priester schon Defensive. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie eure Meinung dazu ist, aber ich fand... Oh, Ice Magie Resistenz Winterwacht. Wie viel hat sie eigentlich? Weiße Magie 9. Die kann den Ring anzuhören. Wie geil ist das denn? Aber ich fand ja in Spielen auf jeden Fall schon immer am allercoolsten, mit der Hand zu zaubern. Och, und die kann die Lichtseiten oben anziehen. Boah, du bist ein besonderes Schätzchen. Die kann jetzt gut heilen, das muss ich schon sagen. Nein, das ist schon wieder jemand gestorben. Scheiße. Ach ne, doch nicht. Dann ist ja gut. Nach die Elfen hören sich bloß an, dann ist ja alles gut. Die ist echt gut, die Kappa, aber die sieht so hässlich aus. Aber zieh sie an. So eine geile Robe unter dieser Helm. Winterstern. Och, noch mehr Ice Magie Resistenz. Sieht ja auch nochmal 15. Och, nochmal. Okay, unsere Priesterin hat jetzt 80 Eismagie Resistenz. Ich würde sagen, das ist lustig Leben. Und nochmal Winterstern. Och, komm schon. Du hast doch noch 8 andere Finger. Du hast doch noch 10, 10. Da kannst du 20 Ringe anziehen. Wie wär's? Komm, bitte, bitte. Dann hättest du... Scheiße. 20 mal 15. Ja, dann hättest du... ...über 300 nur durch die Ringe. Das ist doch ein Deal. Komm. Nicht? Na gut, dann eben nicht. Alles klar. 18. Das schaut so scheiße aus. So eine tolle Robe an. Die hat wirklich richtig Stil. Und dann diese komische... ...all die billig Lederhutkappe auf. Das darf nicht wahr sein. Guckt sich das doch mal einer an. Lass dich mal angucken hier. Äh, nee, du nicht. Du. Die Rune ruft zu Befehl. Ach, sie können... ...wird sofort ausgeführt. Hm. Göttliche Heilung ist toll. Aura der Heilung ist auch toll. Und Wolfbeschwörungstufe 5. Na gut, das kann man dann lassen. Das ist Stufe 8, okay. Alles klar. Verstanden. Absolut geiles Outfit, muss ich sagen. Allesamt. Auch mit dem Schild und dem Stab. Aber diese Kabel. Das geht nicht. Nee. Zu Befehl. Aber jetzt haben wir zwei Leute mit Aura der Heilung. Das heißt, unser Candy könnte vielleicht nicht mehr so oft sterben. Warum?